Buschland, Mangroven-Sümpfe, tropischer Regenwald auf der größten Sandinsel der Welt. Doch die Hälfte dieser Insel ist bereits von einem Feuer zerstört. Fraser Island in Australien ist Reiseparadies und Weltnaturerbe der UNESCO. Seit sechs Wochen kämpfen die Einsatzkräfte im Bundesstaat Queensland schon gegen die Flammen. Wegen einer Hitzewelle hat sich das Feuer in dieser Woche noch weiter ausgebreitet. Es brennt und brennt und das nun schon seit Wochen. Mit mehr als einer Million Liter Wasser und Löschmittel haben die Einsatzkräfte versucht, die Brände einzudämmen. Doch das Feuer schwelt weiter. 80.000 Hektar Buschland sind bereits verbrannt. Wir haben festgestellt, dass 50 Prozent der Insel betroffen sind und kein Ende in Sicht. Wir können derzeit nicht vorhersagen, wie das Ganze ausgeht, denn wir versuchen es, so gut es geht, zu begrenzen. Mit einer Länge von 122 Kilometern ist Fraser Island die größte Sandinsel der Erde und seit 1992 auch UNESCO-Weltnaturerbe. Die Insel ist vor allem bei Campingtouristen sehr beliebt. Neben Süßwasserseen und Mangroven-Sümpfen prägt tropischer Regenwald Fraser Island. Der ist derzeit von den Bränden nicht betroffen. Wir müssen sehen, wie sich der Wind in den nächsten Tagen entwickelt. Im Moment wird er schwächer. Das hilft uns. Wenn am Wochenende der Wind stärker wird, macht das alles etwas schwieriger. Aber wir arbeiten hart daran, das alles so gut wie möglich hinzubekommen. Die Brände sollen durch ein illegales Lagerfeuer Mitte Oktober ausgelöst worden sein. In dieser Woche hat sich die Situation durch eine anhaltende Hitzewelle noch einmal verschärft. Touristen wurden angewiesen, die Insel vorerst nicht mehr zu betreten, die in der Sprache der Aboriginals Gari heißt, Paradies. Untertitelung des ZDF für funk, 2017